Hallo, herzlich willkommen, ich bin der SwiftJaxWookie und ich spiele COD Ghost, Team Z-Match of Kollision. Und ja, wir schauen noch mal kurz in das Game rein, ich spiele noch mal ein kleines Stück, die habe ich schon lange nicht mehr gespielt, jetzt kommt der nächste Jahr des Black Ops 3 raus und ja, da schauen wir noch mal in das Ghost kurz rein. Der Anfang wird nicht so, aber danach gibt es die Überraschung, werde ich alle Waffen aufheben müssen, was ich so finden kann. Unzerstörbar bis auf den Anfang. Und das kurz dazu, dann ist heute der 27. Heute kommt Halo raus. Mit Halo kann man ja wirklich überhaupt nichts falsch machen. Da bin ich ja schon richtig gespannt drauf. Ich hoffe, dass das Halo von den Erfolgen nicht so ist wie die Master Chief Collector's Edition. Wenn es einer gespielt hat, weiß er, wovon ich rede. Erstens war es total verpackt bei mir. Also ich habe Videos drin, schaut bei mir, da können die Panzer fliegen und so weiter. Das Spiel hängt sich andauernd auf, also es geht gar nicht zum Spiel bei mir. Und die Erfolge sind leider nicht so wie, ja, wie man sie von Halo einfach kennt, zum Beispiel. Wenn man Halo gespielt hat auf die 360 oder was weiß ich, wo, dann ging es darum, spiele das Spiel einfach, normal, schwer, legendär, legendär war das schwierigste. Und du legendär gespielt hast, das war auch dann wirklich richtig schwer, dann hast du alle anderen Erfolge von der Schwierigkeitsstufe drunter, hast du die Punkte zum Beispiel auch aufbekommen. Sprich, du hast eine Mission gespielt, hast drei, vier Erfolge gekriegt, gut ist, dafür hast du auch ziemlich lange gebraucht. Bei der Master Chief Collector's Edition ist es so, da sind da die Halo-Teile eins bis vier sind drin und ODS-T ist, glaube ich, ist drin. Und da gibt es keine Erfolge mehr für Kampagnenabschluss, sondern, also Missionenabschluss, sondern, steht der da im Weg, ist meine Tonne. Und gibt es da nicht mehr, da gibt es dann nur noch Erfolge für zum Beispiel Spiele 100 Missionen, 250 Missionen, 500 Missionen, Spiele 300 Missionen und dergleichen. Es gibt keinen Abschluss mehr für Erfolge für einzelne Missionen abschließen oder das Spiel einfach abschließen. Wie, sprich, Spiele schließe Halo 4 auf, normal, durch, auf, einfach, durch, auf, legendär, durch und so weiter, die Erfolge gibt es nicht. Da gibt es dann nur die Erfolge, Spiele, ähm, schließe Halo, alle, Halo, was ist denn das ein Wort? Schließe alle, ähm, Halo Missionen ab, auf, legendär, sprich, du musst fünf Spiele Halo, ähm, abschließen, auf, legendär, dass du einen einzigen Erfolg kriegst und der ist auch nicht extrem hoch. Also, das ist mal richtig scheiße gemacht. Das war wirklich so, das Spiel, woraus kommt das Master Chief Collector zwischen, das war wirklich so ein Spiel, wo du, ähm, wo du gespielt hast. Und das haben sie wirklich, du merkst wirklich, das haben die rausgebracht, um die Zeit zu verkürzen, die Leute bei der Stange zu halten, und so weiter. Ähm, ähm, ja, das war nicht so. Ich hoffe, dass das jetzt bei dem neuen Teil etwas anders ist, ähm, dass es da etwas besser ist. Ähm, ähm, ja, das kurz dazu. Und was kommt noch? Alles Gute ist, äh, also, wie gesagt, Halo kommt, Nico Speed kommt, dann, wo wir alle drauf warten, Star Wars, Black Ops 3 kommt, ähm, ähm, Rainbow Six kommt, ach, tausend Sachen, den Monat. So viel Geld kannst du gar nicht haben, für Spiele, dass du hier das, was du möchtest, dass du das kaufen kannst. Und da jetzt habe ich schon, zack, tot, scheißdreck. Und, ja, das dazu, also es kann wirklich einen ganzen Haufen Spiele, ähm, ich würde mir ja wünschen, dass sie für, was weiß ich, für die Xbox One, ähm, oder für die Playstation von mir aus, je nachdem, ich schätze Leute, wo so Erfolge spielen, wie ich jetzt hat, oder ab und zu einfach aus Spaß, wo Spiele mir Spaß machen, das ist das Beispiel des Ghosts, das spiele ich immer wieder gern. Da stehen sie, die Affen. Und, ähm, was richtig cool war, war MB2, MB3, die guten alten Teile, die Waffen, der Speedmodus, die Abschlussserien, war, jeder hat einfach das Gleiche gehabt. Und, ähm, es war einfach klasse, also es war nicht, ich bin einfach kein Freund von dem rumgehüpfe, Gere, Rutsche und Schilde und Thronen und das ganze Geficke, was die da haben, also mit dem dann unsichtbar machen. Ja, meine Güte, wenigstens haben sie den Taktikeinstieg rausgemacht. Ähm, das waren nur noch Zeiten beim MB2, MB3, die Taktikeinstiegerei, die Cheaterei, war auch recht nervig, klar, aber, ähm, ohne den Leuten das nahe treten zu wollen, also was ist denn das mit dem Advanced Warfare, also bitte, ich bin ja so froh, dass das vorbei ist, und dann, ich habe gehofft, also, Anfang des Jahres war die Diskussion mit Black Ops 3, dass sie, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass sie nochmal so einen zweiten Weltkriegsszenario rausbringen, das wäre richtig geil gewesen, von mir aus, von mir aus auch, erstes Weltkriegsszenario, irgend sowas, wenn ich da an World at War denke, das war einfach klasse, das war einfach, war zwar alt, nicht auf dem heutigen Stand, aber wenn sie das nochmal schaffen würden, dann sowas umzubringen, wäre ja richtig geil, also da hätte ich mich drauf gewreit, und was kommt, Advanced Warfare, springen, hüpfen, sliden, auf Dächer, unsichtbar machen, Schutzschilde, das ganze Gefick, ja, wenn du wirklich nichts mehr kannst, dann machst du dich unsichtbar, und den ganzen Scheißdeck, ja, das ist ja nicht zum Aushalten, und dann höre ich komplett Ops 3, und die machen genau das gleiche, klar, wollen die mit der Zeit gehen, und wollen, der Großteil spielt das so, oder gefällt das so, dann ist es ja schön und gut, naja, meins ist es nicht, aber, ähm, wen interessiert das, was der Wookie will, keinen interessiert, was der Wookie will, ist ja auch so richtig, ähm, jeder sollte spielen, was er möchte, und da wollen wir auch keinen nahe treten, ähm, wir werden mal schauen, was war jetzt das Ergebnis, ja, 20-6, ja, geht ja nicht so schlecht für's, für das erste Spiel seit langem, äh, für das erste Mal wieder, war das gar nicht so schlecht, also, das dazu, ich wünsche euch noch viel Spaß, und haut rein, ciao, euer Wookie. Du bist ja noch viel Schluss, flavours, ich ruge dich. Vielen Dank.